Etliche aber, die das stunden, da sie das hörten, sprachen sie wie wir. Der Topf entgegen wir es. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen wie wir. Halt, halt, lass sehen, und wenn ihr jetzt kommt und ihn fängt. Aber Jesus schrie, aber mal laut. Und verschiehlt. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide mich von mir, wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du den Berg für, wenn wir am allerbeste wird um das Herzen sein. So reiß mich aus dem Berg, und siehe da, der frohe getämpter ist, sie zerstört. und siehe da, von oben an, von oben an, bis wir zum Berg sind. Und zum Berg, der bliebete, sie fällten zerrissen, und die Gräber, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf, wie leide der Heilige, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seinem Auferstehen, und kamen in die Heilige Stadt, und erschienen viele. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Füße, da sie sahen, dass Wettbeben und Wasser geschah, erschraken sie sehr und sprachen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020